was kann das bundeswehrbesteck und zwar die schwere ausführung in edelstahl da hat man sehr viele dinge mit wenn du wissen willst wofür das da ist und ob das beim bushcraften wirklich gute variante ist ja dann bleibt dran hallo willkommen da ist der reine rossmann vom survival show bei blitzkund schön dass dabei bist ja es gibt einige follower hier auf dem kanal die immer wieder schreiben reine bundeswehrbesteck und dann mache ich euch halt den gefallen weil es gerade passt und zwar weil ich gerade meine ausrüstung zusammenbau für das nächste jahr für die bushcraft ausflüge und ich bin eigentlich so ein kunststoff fetisch ist da wird es jetzt den einen oder die andere reißen vielleicht auch dich jetzt hier hinter dem bildschirm weil man kunststoff und grausig und so weiter da mag ich aber dann noch was dazu sagen trotz alledem besitze ich so ein bundeswehr edelstahlbesteck was soll ich dazu sagen ja was soll ich wirklich dazu sagen also zum bushcraften muss ich das sagen ist mir persönlich das etwas zu schwer warum schauen ja hier ist die hülle da ist dann auch noch einmal der dosenöffner und ein kapselheber dabei und ja ist alles gut gemacht alles schön edelstahl schön massiv dann hast du hier ein lustiges messer wobei das hat natürlich so einen vorteil wenn du butter aufstreichen willst oder so irgendwas im feld dann ist das auf jeden fall okay aber sonst habe ich je normalerweise messer mit und wenn es ein schweizer taschenmesser ist oder opinel messer ist das ist ganz ganz klar und ja so soll es sein ich meine da kommt nämlich jetzt gleich das wichtigere nämlich der löffel und dann natürlich auch die gabel die gabel kann man auch improvisieren aber der löffel das ist halt schon etwas weil wenn du suppe kochst und ich weiß was kochst du eigentlich bei den bushcraft zur wahl trainings und so geschaut einen kommentar was was verwendest du da brauchst du dir den löffel bei mir ist es so da immer sehr viel suppe kochen brauche den löffel und natürlich kann man sich einen herstellen das ist alles recht gut und schön und lieb und nett aber der punkt dabei ist halt ein anderer das problem ist wenn du das tust da brauchst zeit und ja und da hat man alles dabei das kann man dann so schön zusammenstecken da gibt es da so eine kleine öffnung schau herr löffel darin wird die gabel eingesetzt und dann ist es ein teil und alles schön also wenn du das am kopf kriegst da aus der platzwunde dies ist wirklich 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 schwer und jetzt wird der eine oder der andere da hinten sagen hinter der kammer ich war bei der bundeswehr ich ja nicht österreicher wir österreich beim österreichischen bundeswehr gibt es etwas ähnliches aber ein bisschen leichter und das war so super und daher setze ich das ein und weil mich ja auch immer wieder viele leute danach fragen haben sie auch im shop billige eigenwerbung gebe dann natürlich den link ganz ganz klar oder auch auf amazon wenn du dort lieber einkaufst und es ist ja auch eine gute sache das wird nicht kaputt das ist unkaputtbar und wenn man jetzt so militärisch vielleicht denkt und damit meine ich jetzt nicht kampftechnisch sondern organisatorisch und und versorgungstechnisch dann ist es gescheit etwas zu produzieren dass wir den leuten immer dass man den leuten in die hand drückt und das dann von generation zu generation weitergegeben werden kann ohne dass man permanent auswechseln muss und da ist es der nachteil von kunststoff ich habe ja kunststoff sehr sehr gerne weil es leicht ist es ist wirklich leicht und kompakt hier eben von light my fire dieser spork die eigenwerbung gewicht auch den link oder das hier unaussprechlich kubilka werden auch kunststoff holz verbund was weiß ich habe auch einmal ein video dazu gemacht und kriegst auch in meinen shop bei denen ist es halt so die sind massiv leichter und ich kann trotzdem meinen löffel den ich halt das ist nur auf mein anwendungsgebiet super verwenden das problem ist zum beispiel bei dem hier das kann brechen das kann dieses kunststoffteil das bricht meistens genau an dieser stelle hier und das ist unangenehm bei dem hier ist es doch ein etwas anders der ist ein bisschen robuster bricht aber auch mit der zeit aber es gibt noch an titan spork dann ist es auch wieder ok oder spork manche mögen es nicht und sagen kunststoff und da sind es abrieb und das mag alles sein und ist alles ok mir ist das persönlich wurscht ja mir ist das persönlich wurscht und ja ist einfach so mir geht es da ums gewicht und daher für wen ist das nostalgiker die sagen ich brauche das jemand der einmal etwas kaufen will und dann für immer und ewige ruhe haben will ist auch ok für weiß ich nicht im zusammenhang beim camping wenn ich mit dem auto oder mit dem moped oder mit motorrad hinfahre aber wenn du dein zeug selber tragen musst und zumindest bei mir ist es so weil ich auch so viele andere kilos mit mir herumtrag ist mir sowas hier lieber wie siehst du das schreiben und einen kommentar wie du das siehst was hast du im einsatz und eine sache noch wenn mich die leute fragen ist das was ja das ist super robust da kannst nichts falsch machen ja das ist wirklich super das ist das was es auch bei mir im shop gibt übrigens ja also das ist wirklich top qualität aber ich persönlich habe es nicht mit dass man schwer ist punkt daumen nach oben oder nach unten kannst du wieder machst aber bla und links unten billiger werbung natürlich hat mich gefreut dass dabei warst der reine rossmann und ein schöner sonnenuntergang hier aus dem buschkraft areal auch da gibt es den link unten ciao